So, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier bei Minecraft heute im 169. Part Und ja, ihr wundert euch bestimmt schon, warum ich hier so beschämt auf den Boden gucke Denn, wie ihr hier schon seht, wir haben hier das Tactic-Pack drin Allerdings ist es, naja, nicht leicht abgeändert, aber ich sag mal so, ja, es ist ein bisschen anders Borda ist natürlich auch wieder dabei, logisch Und ja, wir machen jetzt hier mal weiter, wo bist du eigentlich, wir im Tactic-Pack Es sind natürlich jetzt so ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal, na nicht natürlich, aber so ein paar Kleinigkeiten sind anders Neu, unter anderem bedauerlicherweise das Wasser ist ein bisschen anders, aber das werkeln wir gerade auch noch rum Es sind doch nicht alle Texturen da von 1.2, aber so die, die wir brauchen, das werden wir heute nicht merken Und ja, machen wir jetzt einfach hier mal weiter Wie unten? Ach ja, da unten Ja, hier, genau Wo der Schacht halt runter geht, so Ich brauch Leitern, ne? Ja Oh Stimmt, ich hatte ja keine Leitern Und ich hab auch kein Holz Jetzt muss ich erstmal Holz holen Ich hol mal Holz Okay Oh, fuck, ne? Letztes Mal richtig schön gestorben durch den Creeper Hm Das war vielleicht was Ja, hier seht ihr schon, die Standard, nicht die Standard, aber so eine andere Textur vom Wasser, die ist irgendwie ein bisschen feiner Aber ich hatte immer das Problem, vielleicht kann man ja mir ja noch helfen Ich hatte immer das Problem Aber auch nur ich, mein einer Kumpel zum Beispiel hatte das nicht, da hinten ist ein Creeper, den hab ich gesehen Ähm Ja, immer das fließende Wasser, das war immer durchsichtig in dem anderen Texturen-Pack Ihr kennt ja das Wasser davor, wenn ich schalte, dann einfach ein paar Zürfe vor Oder zwei, drei, was weiß ich Und das war dann immer durchsichtig Hier war einfach alles nicht da Aber das Wasser war da Und das Stille war ganz normal Und das, ja, das war total seltsam Und das geht natürlich nicht Und deswegen haben wir jetzt erstmal Standard Wir haben es nicht, ich hab, wir wissen nicht, woran es liegt Und ja Vielleicht hat euch jemand einen Tipp oder so Wir werkeln im Moment noch, wir müssen dran rum, aber mal gucken Also Peggian und ich, danke dafür erstmal, dass er hier das aktualisiert hat Eigentlich ja so, dass es geht Also man kann hier zum Beispiel auch jetzt zum Beispiel Ganz kurz zur Demonstration hier zum Beispiel jetzt Die Sprache schön einwillen mit Button Hintergrund ist auch hier normal, der war verkrüppelt vorher Und Ja, gut Das wird es ja vielleicht auch zur Daulung geben Aber erstmal müssen solche Sachen dann eben behoben werden Sowas geht ja auch gar nicht Das dann, also das Wasser in sich finde ich ist nicht so schlimm Ist ein bisschen, äh, ungewohnt, aber ist nicht so schlimm Aber auch noch ein paar andere Sachen sind jetzt nicht so optimal Aber, naja, gut Ähm Es ist gerade Nacht, ist ja gut, wenn wir schlafen könnten Ich esse das mal jetzt aber, ach ne, durch Ich versuche jetzt mal hochzukommen Ich weiß gar nicht, wo genau wir stehen geblieben sind Das ist das Problem Ich hänge hier irgendwie fest Guck mal das Loch zwischen dem Bett Zwischen den beiden Betten Ja, ja, die Leitern gehen hier nicht weiter Ja, das ist irgendwie Geh mal wieder runter Ich versuch's, aber irgendwie bist du so am Weg Ich hab... Au! Scheiße! Ich kann die Leitern nicht kaputt machen Nein, hätte ich mir hängen geblieben 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 Ah Mist Geh wieder runter Kacke Musste ich dann hochbauen Den Rest, deswegen wollte ich auch Holz holen, aber es ist Nacht Kacke 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 Mache Was ist denn los? Hä, wie meinst du das jetzt? Da muss ich ja wieder den Block über mir wieder wegmachen und dann ist er Ja, ach was Wie, ich kann mich ja da nicht hochbauen, von Leitern kann man nicht abspringen Hä, du kannst doch aber Doch, klar Hab ich doch eben auch gemacht Wenn ich hier oben bin Oh Bälle Gut Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ich mach mal wieder das Schwert auf die Zwo Eins mal hier natürlich Dann geh ich ja erstmal wieder hier durch runter Ach nee, ach so Gut Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Wird noch Wird noch gemacht mit hier P-Gigant und ich Machen da noch was Hauptsächlich P-Gigant, aber ich auch manchmal Gute Nacht Je nachdem was Also danke nochmal, ne P-Gigant weiß Bescheid Gute Nacht Anders, nicht schlecht Nicht besser Anders einfach nur Aber endlich bin ich froh wieder im Texture Pack spielen zu können So wie Dreck und so Die Items sind ja eigentlich größtenteils gleich Wir haben nicht viel geändert Darüber bin ich schon froh, weil Ja Ist eben so Weil man hat sich doch sehr dran gewöhnt Okay Gut, das sollte reichen Geht's denn langsam rum ist es, ne? Ich glaub ja Gucken Ja, ja, ja Hä? Ne, doch nicht Jet, wo ist es hin? Oh Scheiße Das wird in guter Orientierungssinn Ich hab mich im Wald verlaufen Ne, da drüben ist es Ne, wird's Gleich erscheinen Entschuldigung Ne, fette Kröte im Hals Ne, zu Glück nicht, das wär ganz schön eklig Dass du eine dicke Kröte im Hals hat, ey Äh Wir haben übrigens In den letzten Spell kommt wieder ein neues Battlefield Äh, äh, Battlefield Wer kommt? Zwei wollte ich schon mal Battlefield 3 Multiplayer-Gameplay-Video Und Dafti ist Weiß gleich genau welche Map Auf jeden Fall Wird das kommen Bald mal wieder Bald mal wieder Wir haben auch neue aufgenommen Na ja Mal schauen Und Würde ich dann mal sagen Ganz einfache Sache Oh Zack, hat's gerokelt Gut, jetzt mach ich mal wieder ein paar neue Leitern Bisschen Holz Ich mach das mal komplett So Und Sticks Ja, hier raus mach ich auch mal Sticks Nochmal So So Gut Dann mach ich mal Leitern Die sind nämlich dringend nötig 24 Mach zur Sicherheit nochmal mehr Man kann ja immer ein paar Leitern dabei haben Das ist ja nicht verkehrt So Das reicht auf jeden Fall Und Gut Hier noch eine RAM Weil Das war im letzten Part Etwas durch Doof gelaufen Wenn ich mich recht erinnere Das lag wahrscheinlich Am anderen Standardtext Deswegen ist auch auf einmal Also hier stand der Creeper Dann von da oben Wahrscheinlich gekommen Boah ey Das war vielleicht ein Scheiß So, das kann ich dir echt flüstern Mhm Okay, hier tropft Wasser durch Dann mach ich mal kurz folgendes Oh Ich wollte Genau Zwei mal machen Damit das Wasser nicht mehr durchtropft Weil nur wenn der Rechte drüber ist Tropft das Wasser durch Und sonst nicht Hat eigentlich keine Auswirkung Es sieht nur nett aus Wow Pass auf mal Ich wäre hier fast untergefallen Mhm Ja, muss doch mal sagen Hier Gefährlich Achso, ja Tut mir leid Oh Das hätte mich auch nicht wieder belebt Wenn ich hier runter gefallen wäre Oh, dann hast du recht Gut Gut, also Was soll ich machen jetzt Oh Was soll ich machen Erstmal Ist die Leiter jetzt komplett Die hier hinten Ja Dass man hier hoch und runter kann Gut Ja, dann kommen wir runter Gut Gut Ich mach mal hier kurz das hier zu Moment So, hier eine saftige Fackel Hier kommt auch noch eine Fackel hin Moment, ich muss hier kurz mein Inventar wieder sortieren Jetzt Desaster So Okay Oh, das ist ja schon ganz viel gemacht Also, ja Also das ist ja der Schlitz Den hab ich ja von oben hier runter gezogen Oh, hab ich noch gar nicht komplett gemacht Also der Schlitz, ne Und Der Schlitz ist ja umrandet halt komplett Das hab ich jetzt noch nicht gemacht Also halt So, dass die nicht hier auf einmal rauf fallen So, weil sie noch zur Seite gehen oder so Achso, ja Halt, ne Hier eine Wand rum rum komplett Dann fallen die hier runter Und hier stehen wir dann die ganze Zeit Und tauen die halt dann immer Und Ja, dann können wir hier so einen kleinen Raum hin machen Keine Ahnung Es reicht ja eigentlich schon so Es ist ja nichts Großes Hier vielleicht ein Dach drüber Weil hier ist ja auch eine Höhle Ja Oder so Und Ja Dann war es das eigentlich auch schon Okay Dann nehme ich mal das Eisen hier mit Oh, und den Zombie hier auch Oh, ist das laut Muss ich da mal leiser stellen Entschuldigung Das ist wohl noch Überbleibs Bei mir ist das Wasser unsichtbar Ist nicht dein Ernst? Doch Alles was aber nur das Fließende Alles Auf der Stille? Ja, und wenn ich hier jetzt eins platziere Dann sehe ich es ganz kurz Aber dann ist es weg Und das Fließende ist gar nicht da Es ist ja trotzdem fließend Hä? Es fließt ja trotzdem Was ist denn? Achso Mach mal jetzt Achso Mach mal jetzt Ne, das sehe ich Ach, scheiße Was ist denn das? Ach, scheiße Wenn jemand Abhilfe weiß Bitte in die Kommentare schreiben Jetzt habe ich's Hä? Ich... Ne Ich weiß nicht Tut mir leid In erster Linie ist natürlich wichtig Dass es bei mir funktioniert Aber Weil Ich das mit aufnehme Aber Bei Bei Border soll es ja trotzdem auch funktionieren Außerdem wenn ihr das zum Download haben wollt Will ich da nicht irgendein Scheiße machen Sondern Dann schon Soll das schon was richtiges sein Oh, 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 oh Und Das geht ja dann gar nicht Also Wenn ihr bitte Wenn ihr irgendwas wisst Oder irgendein Typ Oder was dann wirklich ausprobieren könnte Schreibt es bitte in die Kommentare Ich weiß nicht was Müsst noch mal gucken Aber Du hast mal den Schlitz fertig Das geht überhaupt gar nicht Das geht überhaupt gar nicht Also sowas geht gar nicht Ne Ne Oh, ne Könnte ich schon wieder ausrasten Aber Ne 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 Ich könnte aber vielleicht mal wieder Das eine oder andere Kommentar mal vorlesen Mal gucken Jetzt grad nicht Aber Demnächst Demnächst im Kino Werde ich das machen Ich baue hier jetzt mal Das ist ein bisschen Zu Zu Ey Will hier raus So Ich mach das mal ein bisschen großzügiger Aber will ja Nicht auf so eingeengten Raum da sein So Hier auch nochmal zu Das ist jetzt natürlich nicht so Äh Da Bei Was wollte ich sagen Egal So Naja Ist schon zu War das wie gesagt Ein bisschen großzügiger Damit man hier auch vielleicht noch Kisten eventuell hinstellen kann Was auch immer Workbenches Und damit man vielleicht Vielleicht sogar das eine oder andere einrichten kann Wenn man dann Just drauf hat Mal gucken Das ist ja auch nur eine Monsterfalle Muss man mir denken Das ist ja jetzt auch Muss ja auch keine Schönheit sein Deswegen auch ganz einfach Ganz einfacher Cobblestone Wie man ihn auf der Straße kennt Ne Cobblestone Heißt ja nämlich Pflasterstein Und es gibt ja dann immer noch Pflasterstein Straßen Mal teilweise In alten Städten Oder so Oder sowas Dörfern Na Kann doch mal sehen Und der Timer hat schon geklingelt So Zack Zack Wie mache ich das nochmal gerade Gerade Äh ich mach jetzt mal Schluss Geht nächstes Part weiter Ey ich wünsche dir was fein interessant wäre Ist das ohne Schnickschnack Ähm Ähm Schalte im nächsten Video ein Bewerten und so weiter nicht vergessen War jetzt kein ultra spannender Part Aber Ja Oh hier unten ist die Kiste Oh die ist schon leer Oh die hat sich Bauter schon abgerufen Mir leid Gut Also bewerten nicht vergessen Abonnieren würde uns auch sehr freuen Ich wünsche euch was feines Was handfestes Ohne Schnickschnack Bis zum nächsten Video Und tschüssi Tschau